Rheinstein geht auf! Okay, das Spiel ist gerade vorbei. Von unserer fünften schräg-schräg-Flüchtlingstruppe, würde ich mal sagen, gegen die vierte. Sag doch mal ein bisschen was zum Spiel. Ja, heute hatten wir unser erstes Spiel gegen die vierte. Nach sechs Trainingseinheiten haben wir uns mal gedacht, dass wir mal ein Spiel machen. Und da hat die vierte gesagt, ja, machen wir gerne. Auch nochmal vielen Dank an die, dass sie das gemacht haben. Zum Spiel. Wir haben heute mal 3x30 gespielt, so dass wir auch dazwischen ein paar Minuten Pausen haben. Das tut uns glaube ich ganz gut für die fünfte. Auch für die vierte ist das ganz gut. Das Spiel war sehr gut. Ich glaube, wir waren alle sehr überrascht. Das Spiel ging 4-0 für uns aus. Wir waren ein wenig überrascht, dass wir so gut zusammen gespielt haben, da wir immer neue Spiele haben. Manchmal ist es auch so, dass wir leider im Spiel viel meckern, wenn nicht so gut was klappt. Allerdings war das heute nicht der Fall. Hat sehr gut geklappt. Ja, und somit haben wir unser erstes Spiel 4-0 gewonnen. Gucken wir mal, wann wir die nächsten Spiele machen. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall auch zeitnah passieren wird. Schön, ich freue mich. Dann auch viel Erfolg würde ich sagen. Danke. Bicci Wack Bicci Wack Das ist gut, 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 gut. Wir werden das, wir werden das. Wir werden das. Das ist gut, bis jetzt